Wenn am 29. August in London die Paralympics beginnen, dann werden auch Selchuk Cetin und Thomas Schmidberger um die Medaillen kämpfen. Und das mit besten Aussichten. Denn die beiden Rollstuhltisch-Tennis-Nationalspieler gehören zur absoluten Weltspitze. Der 20-jährige Schmidberger war 2010 bereits Vize-Weltmeister, 2011 bei der Europameisterschaft Dritter im Einzel- und Erster mit der Mannschaft. Und das, obwohl er erst seit sechs Jahren Tischtennis spielt. Bei uns in der Schule stand eine Tischtennisplatte und meine geilsten Freunde haben immer gezockt und ich konnte halt irgendwie nicht mitspielen. Und das konnte ich auf mir so nicht sitzen lassen. Dann habe ich meinem Vater gesagt, er soll auch bitte irgendwie eine Tischtennisplatte organisieren. Und ja, habe dann zu Hause angefangen zu trainieren, hat mir Spaß gemacht, habe dann irgendwann die Jungs in der Schule besiegt. Und ja, mich hat der Ehrgeiz gepackt. Ich bin zum Verein gegangen und habe halt dann angefangen zu trainieren regelmäßig. Während nichtbehinderte Tischtennisspieler nur ein Sportgerät beherrschen müssen, sind es bei Schmidberger und seinen Mitspielern gleich zwei. Der Tischtennisschläger und der Rollstuhl. Nicht der einzige Unterschied. Der größte Unterschied würde ich mal sagen, die Fußgänger stehen einfach zwei bis drei Meter hinter dem Tisch und haben daher immer mehr Zeit, die Bälle zu spielen. Wir stehen sehr nah am Tisch und müssen daher immer unheimlich schnell reagieren, um die Bälle zu spielen. Und ich denke mal, das ist so mit der größte Unterschied. Michele Komparato ist Trainer beim Deutschen Behindertensportverband und betreut die Tischtennisspieler. Nachdem er zuvor bereits mit dem TDC Zugbrücke Grenzau ein Team aus der Bundesliga trainiert hatte. Ja, das war für mich, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, am Anfang auch eine Umstellung natürlich. Aber über dem Tisch ist eigentlich alles relativ gleich. Das Einzige, durch die nicht vorhandene Beinarbeit eben bei den Rollstuhlspielern, dementsprechend ein bisschen mehr auf die Einschränkungen halt eingehen. Es sind nicht alle Sachen möglich. Wird viel, viel mehr Rückhand gespielt wie beim Fußgängertischtennis. Aber ansonsten, gerade der Valentin, der sehr jung ist, da sieht man schon, dass er eigentlich unfassbar gute Dynamik auch in seinen Schlägen hat. Und das heißt, es ist fast ähnlich bis auf eine unterschiedliche Aufschlagregelung. Ja, und die mangelnde Beinarbeit, die da aber die schnellen Spieler auch durch Umfahren des Tisches ausgleichen können sogar. Mit drei Spielern machte Komparato jetzt auf dem Weg nach London in Grenzau-Station, um hier am Tischtennis-Stützpunkt die Spieler bestmöglich auf die Paralympics vorzubereiten. Er wird dann bereits zum dritten Mal in den Spielen teilnehmen. Seljuk Cetin, 41 Jahre alt, aus Bad Kreuznach. Eigentlich war Basketball seine Sportart. Doch dann entdeckte er seine Liebe zum Tischtennis. Also Basketball macht mir immer noch Spaß. Ich mache es so ein bisschen zum Ausgleich, aber da waren halt die Aussichten, international zu starten, einfach nicht da. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und habe es mit Tischtennis probiert vor etwa zwölf Jahren. Und das hat auch ganz gut geklappt. Was natürlich gnadenlos untertrieben ist. Der mehrfache deutsche Meister ist unter anderem Vize-Weltmeister mit der Mannschaft und bereitet sich nicht nur an der Tischtennisplatte auf seine Wettkämpfe vor. Oh ja, also Tischtennis ist, das wird jeder bestätigen, nicht nur eine Sache am Tisch, sondern viele Dinge drumherum, also auch Fitness-Einheiten. Deswegen spiele ich auch noch gerne Basketball, damit ich da auch ein bisschen konditionell fit bleibe und nicht nachlasse. Mentale Sachen sind wichtig. Also im Prinzip ist Tischtennis so eine detaillierte Sportart. Da muss man viele Sachen bedenken, also nicht nur in die Halle gehen an den Tisch und dann wird das schon klappen, das ist lange vorbei. Dritter im Bunde der Trainingsgruppe in Grenzau war der erst 16-jährige Valentin Baus, der sich zwar noch nicht für London qualifizieren konnte, aber schon jetzt ein immens hohes Potenzial beweist. Baus, das ist einer für die Zukunft, den Namen sollte man sich merken. Aber auch die von Schmidberger und Chetin, der Blick richtet sich gern London. Das sind meine ersten Paralympischen Spiele und es überwiegt die Vorfreude, aber ich rechne mir natürlich auch ein bisschen was aus. Also die Medaille ist natürlich das Allerhöchste, klar, das I-Tüpfelchen, aber das Dabeisein ist schon mal ein Riesending, weil die Qualifikationskriterien relativ straff waren und auch streng, gerade dieses Mal. Da sich dafür schon zu qualifizieren war ein großer Erfolg. Und jetzt natürlich die nächste Aufgabe ist, sich gut zu präsentieren, sein Potenzial abzurufen. Und wer weiß, zwei, drei Spiele gewonnen, zack, spielt man um eine Medaille. Also alles ist möglich. In wenigen Wochen geht es auf die Insel, ins Olympische Dorf, in die Wettkämpfe der Paralympics. Gut möglich, dass die Jungs danach mit einer Medaille wieder aufs Festland zurückkehren. Und mit einer Medaille kamen. Der Rest Live-Leb ist ein neues Bio-D даль